Wieder im Südharz. In den nächsten vier Wochen packt die Dorfgemeinschaft zusammen an. Denn wieder wird zum Krippendorf. Das sind echte Hörner vom Harzerroten Höhenfee. So, dass es ein schönes Bind gibt von vorne. Komm, wir gucken uns das mal an. In diesem Jahr ist ein Neuling dabei. Sieht doch gut aus. So, das sind meine Könige. Alle Patente, die ich selbst gemacht habe. Alles okay. Brennt. Stigma, Walter, deines Amtes. November. Kannst du nicht halten. Ich komme hierher. Lass mal auf. Hochstellen, hochstellen. Hoch, hoch. Weg die Karre. Mit dieser Wand wollen sie etwas Besonderes bauen. Eine neue Krippe mit lebensgroßen Figuren. So, wir machen es anders. Ich schraube den Balken noch mal ab. Pff, schwer. Ich muss jetzt mal Luft holen. Der Neuling. Jürgen Friedrichsen. So, Udo, jetzt. Gib ihm. Der alte Hase. Udo Rohloff. Das muss ich erst mal hier. Wird so nix. Das habe ich doch gesagt. Nimm mal weg die Karre. So, ich ziehe das Ding da hin und fertig. Finger geklemmt. Ja. Bis zum ersten Advent müssen sie mit der neuen Krippe fertig sein. Denn dann entsteht in Wieda das Krippendorf. 23 lebensgroße Krippen stellen die Bewohner dafür im ganzen Ort auf. Eigentlich reisen dafür Menschen aus ganz Norddeutschland an. Wegen Corona rechnen sie in diesem Jahr mit weniger Besuchern. Das Eröffnungsfest mit Glühwein und Bratwurst? Abgesagt. Doch ihr Krippendorf bauen sie trotzdem auf. Tradition ist Tradition. So, jetzt heben wir sie drauf. So, die schraube ich noch nicht ganz rein. Jürgen, jetzt schieben wir das Ding da oben mal drauf. Gerade erst wieder machen. Warte mal. Hast du? Auf geht's. Juppa. Auf deiner Seite ist es noch locker, gell? Das hab ich damit gemeint. Ja. Ja, da machen wir es. Ich wollte es nicht festmachen, weil wir es noch verschieben müssen. Ja, das ist aber auch hier auch noch nicht fest. Oh, fällt alles um. Schlagartig alles. Alles in Ordnung. So, jetzt muss ich mal hier oben das durch. Neuling Jürgen zog vor zwei Jahren von Frankfurt nach Wieda in den Harz. In diesem Jahr steht zum ersten Mal eine Krippe vor seinem Haus. Man lernt jedes Jahr dazu. Dadurch, da wir die noch nicht aufgebaut haben. Müssen wir halt einfach irgendwie fürs Improvisieren davon. Seit 15 Jahren wird der kleine Ort im Advent zum Krippendorf. Und er hat's erfunden. Klaus-Erwin Gröger, er war früher der Bürgermeister. Es wird, es nimmt Formen an. Das Kernteam besteht aus sechs Dorfbewohnern. Hier beim Neubau wollen sie nichts dem Zufall überlassen. So, jetzt die halbe. Das Ziel, eine feierliche Enthüllung. Nun kommt ja hier der Weihnachtsbaum auch hin. Da müssen wir mal gucken, dass das Ganze so ein bisschen eingebunden wird und nicht so nackt alleine steht. Dann kommen wir noch ein bisschen Grün zur Spannung. Vielleicht werden wir hinter das Fenster auch noch ein Licht machen. Das habe ich hier schon mehrfach in den letzten 15 Jahren erlebt, dass gerade Neubürger sich auf diese Art und Weise einbringen, weil sie Spaß dran haben, weil sie sowas auch von daheim nicht kennen. Und da auch mit Feuer und Flamme dabei sind. Das schweißt natürlich auch die Gemeinschaft zusammen. Und das zieht auch andere Menschen mit. Das ist richtig fest. Fehlen nur noch die Figuren. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich denke mal, der erste Schritt ist getan. Dann können wir zur nächsten Baustelle rücken. Wieder im Südharz. 1350 Einwohner, eine Hauptstraße. Zum ersten Advent findet hier immer das Krippendorf statt. Eine Attraktion, um Menschen in den Ort zu locken. Denn wieder lebt auch vom Tourismus. In diesem Corona-Jahr steht der Zusammenhalt im Dorf im Mittelpunkt. Kommt rein zum Arbeiten. Hallo, Edelgard. So, jetzt wollen wir mal deine Fichten fällen. Schön, dass du uns das stehen lassen. Jetzt wird es aber ernst. Wir können alles fällen, was auf euch fährt. Für die Griffenweihnacht tun wir alles. Ja, das ist auch gut so. Wir brauchen jeden Baum. Das ist ja das Schönste, die wir entweder. Eben, da tut man was für. Da brauchen wir alles. So. So. Naja, stimmt. Jetzt, wo sowieso die Seuche ist überall, ist das wichtig, so ein bisschen was aufzubauen und zu machen. Und wir schmücken ja auch alles selbst hier oben auch noch. Und mit Kerzen und Lichtern und all sowas. Ich hab ja schon angefangen, hab ja meinen Hirsch schon draußen. Die Krippenweihnacht finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Das gilt auch für die Bäume. Wie geplant. Auf dem Punkt, genau. Rund 60 Bäume wollen sie später entlang der Hauptstraße und im Dorf aufstellen. Also, vielen Dank, ne? Tschüss. Nur möglich durch die Unterstützung der Dorfbewohner. Das Besondere im Krippendorf? Neben den lebensgroßen Krippen stellen viele Dorfbewohner kleine Rekreationen bei sich zu Hause auf. Auch Krippendorf-Urgestein Udo. Auch das gehört dazu. Udo versucht, seine Krippe jedes Jahr zu verbessern. Ihm ganz wichtig, die richtige Beleuchtung. Ich habe überall Lämpchen. Hier Lämpchen drunter. Da drinnen Lämpchen. Brennt auch. In der Sonne sieht man das wieder schlecht. Und dann, äh, hier drinnen Lämpchen. Überall Lämpchen. Nur jetzt das aufbauen, das bringt mich jetzt immer so ein bisschen in Hektik. Schaffe ich es? Oder ist was kaputt gegangen? Der musste wieder neu machen oder irgendwas. Und das ist dann kribbelig, ne? Rentner Udo war früher Maurer. So, das sind meine Könige. Alle Patente, die ich selbst gemacht habe, die mir selbst eingefallen sind. Wo man auch manche Nacht nicht geschlafen hat, weil man überlegt hat. So richtig läuft's noch nicht. Hier stößt das irgendwo an. Ich musste mir jetzt überlegen. Die können ja nun nicht da drin rumrauschen. Geht ja nicht. Die müssen eine gewisse Geschwindigkeit haben, damit das auch irgendwie aussieht. Jetzt musste ich mir auch, äh, die Größe des Rades spielt dann eine Rolle. Ne? Die Übersetzung. Scheinwischermotor vom Auto. Da habe ich zwei Stück. Ein Fahrradreifen komplett, damit dieses genau in der Mitte zentriert läuft. Denn ich habe ja nur diesen Schlitz, wo die jetzt drin laufen. Wenn das jetzt versetzt sein würde, würde es ja nicht mehr, schlägt es irgendwo an. Ich kann das ja nicht verstellen. So kann ich das genau einjustieren. Jetzt schlägt es auch nirgends so ein. Jetzt geht es. Vier Wochen später. Für die baldige Eröffnung wollen sie noch eine große Blautanne vorm Rathaus aufstellen. Der Baum? Ebenfalls eine Spende. Es wird. Es wird. Es wird. Es wird. Müssen wir aufpassen, dass die Zweige nicht abbrechen, wenn der jetzt vorfährt. Wäre schade. In diesem Jahr ist der Baum mit acht Metern und 400 Kilogramm besonders groß und schwer. 400 Euro würde ein Baum dieser Größe eigentlich kosten. Soll er nur ruhig in die Zange nehmen. Nicht nur das Kernteam des Krippendorfs hilft beim Aufbau. Alle neun Dorfvereine packen mit an. Das Team vom Bauhof stellt zusätzlich die Geräte kostenlos zur Verfügung. Soll ich das machen? Ja. 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 Das machen sie wieder gut. Wenn wir den Bauhof nicht hätten. Alleine bräuchte ich viel länger dafür. Ja. Jetzt haben wir es geschafft. Nein. Das ist größer als sonst. Das war jetzt schon Herausforderung. Aber ehrlich. So schön haben wir es noch nie gehabt. Für nächstes Jahr dann. Professionell aufgestellt. Super gemacht. Kein Schaden gemacht. Das ist wichtig. Nein, nein, nein. Vielleicht hält der bis nächstes Jahr. Können wir den nochmal nehmen. Ja. Können wir es. Also in meiner Jugendzeit hatten wir hier, das war früher eine ehemalige Schule. Und das war der Schulhof und da hatten wir immer einen großen Baum stehen. Einen schönen großen Baum, der wirklich für uns Schulkinder, man ist abends extra hingegangen, um den Baum zu sehen. Dieses Jahr ist es uns gelungen, so einen Baum hier zu bekommen und da freue ich mich ganz besonders drüber. Das ist für mich ist das richtig wie früher. So einen großen Baum und jetzt muss ich natürlich dazu sagen, so einen schönen Baum habe ich selten gesehen. Nach einer Stunde Teamwork, die Tanne steht. Weiter unten an der Hauptstraße im Hinterhof dieser Gaststätte. Hier entsteht die Krippe des Krippendorfinitiators. Klaus Erwins ganzer Stolz. Das stellen wir erstmal hier ab. Ja, die Besonderheit bei dem Ochsen ist, das sind echte Hörner vom harzerroten Höhenflieh. Und hat auch die typische Färbung mit den sich von den anderen Rassen eben unterscheidenden Merkmalen. Das ist das Horn und das ist der Kopf. Und ich denke, das ist relativ naturgetreu gelungen. Nach einem Fotovorbild einer liegenden Kuh habe ich dies entworfen. Das ist ein Holzunterbau und dann eben mit Bauschaum gestaltet. Mit solchen Materialien kennt er sich aus, denn früher war er Ingenieur. Das Kleine muss vor Kälte geschützt werden. So wie das ein verantwortungsbewusster Hirte auch in der Natur tut. Ja. Das schafft das. Ich würde sagen, ihr könnt hier erstmal ein bisschen grün auslegen. Für seine eigene Krippe braucht er Platz und nutzt den ganzen Hof und die alten Stallungen. 300 Meter weiter bei Krippenbauneuling Jürgen. Petra Gröger hilft ihm bei den Figuren. Sie war früher Friseurin. Ja, ich werde das oben lang kleben. Und dann haben wir ein bisschen Halt. Hier ist es halt so, dass wir das jetzt das erste Mal hier aufbauen. Und ich bin mal gespannt, wie die Resonanz ist. Quasi die Leute, die jetzt kommen und gucken. Ich nehme an, das wird ja auch sehr gut werden. Ob es schön ist oder nicht schön. Im einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Ja, man kann da nichts groß machen. Aber ich finde, dass es schöne Krippe ist. Aber es klebt nicht so gut, wie ich das dachte. Es liegt wahrscheinlich am Material. Da müsste ich mir noch was anderes einfallen lassen. Jetzt habe ich aber nur diesen Kleber. Ah, guck mal, jetzt ziehe ich das wieder ab. Ich habe doch ein Gummiband. Ihr habt vorhin gelacht. Ich wusste doch, dass das Gummi da ist. Na siehste. Ja, dann kriegt er schon ein ganz anderes Aussehen. Ja. So sieht er doch schon mal ganz gut aus. Klare Rollenverteilung in der Dorfgemeinschaft. So, gucken wir uns das mal von beiden an. Ich gucke mir das jetzt noch mal an. Die Stalistin hat sich gelohnt. Das hat sie ganz, ganz toll gemacht. Sieht sehr schön aus. Und ich freut mich, dass du das auch hier für meine Krippe jetzt gemacht hast. Ja, habe ich gerne gemacht. Dankeschön. Ja, so ein bisschen was. Ja, es hat noch was gefehlt und das gewisse Etwas. Genau. Die heiligen drei Könige. Ohne sie wäre auch Jürgens neue Krippe nicht komplett. Die Puppen hat er vom Flohmarkt. Wir müssen mal gucken, wie wir die hier platzieren. Dass der Regen sie nicht kaputt macht, weil es doch alles Fell ist und so weiter. Ja, müssen wir mal sehen. So sieht es ganz gut aus. Das Gesicht können wir auch noch ein bisschen machen. Und wie gesagt, halt unseren Chef, der Klaus Erwin, der wird den Rest rapieren. Und eventuell hat er noch was zu mecken. Auch beim Chef geht es jetzt um die heiligen drei Könige und ihr Kamel. Ihr müsst dahinter gehen, damit es von vorne aussieht wie ein Kamel. Am Bohlweg, mitten im Dorf, bauen sie heute noch Krippenbilder in vier Stationen auf. Sie sollen die Weihnachtsgeschichte nacherzählen. Wir müssen hier unten noch was unterstellen. Und dann hat es die richtige Höhe. Eigentlich wollte ich mich mal zur Ruhe setzen hier, meine Rente genießen. Aber bisher habe ich es also noch nicht geschafft, wirklich mich hinzusetzen und aus dem Fenster zu gucken. Meine Frau sagt, das ist aber schon in Ordnung so, weil sonst rostet man ein. So findet, wenn ich keine Arbeit finde, sie wenigstens Arbeit für mich. Und um mal wegzukommen, mache ich dann hier so ein Kamel, halte ich fest. Die Figuren ihrer Krippenbilder haben keine Gesichter. Auch das hat einen Grund. Die Ausdrucksweise der Menschheit ist vielfältig. Unterschiedliche Hautfarbe, unterschiedliche Gesichtsausdrücke und vieles mehr. Und deswegen haben wir gesagt, dieses ist sinnbildlich für alle Menschen. Egal welcher Nationalität, egal welcher Hautfarbe. Und deshalb haben wir gesagt, jeder muss das Gesicht dort hinein spiegeln, wie er es sich vorstellt. In Wieders Rathaus befindet sich ein besonderes Highlight des Krippendorfs. Die Hauskrippensammlung. 120 seltene und alte Modelle zeigen sie hier. Doch in diesem Jahr bleibt die Ausstellung wegen Corona geschlossen. Trotzdem wird sie aufgebaut, denn sie gehört einfach dazu, meint Inge Werner. Seit 15 Jahren kümmert sie sich darum. Das war Familienbesitz. Das ist schon, oh, das ist schon, meine Großmutter ist das ja noch. Also das hat schon wirklich viele Jahre einen guten Platz bei mir zu Hause gehabt. Und jetzt hat es wieder einen sehr schönen hier in der Krippenausstellung. Da hast du uns wieder ein neues Exponat mitgebracht. Ja. Das ist ja toll. Das ist ein ganz edles Stück und das möchte ich auch spenden. Wir haben hier ganz besondere Stücke, zum Beispiel diese Krippe, die von einem Wieders Bürger in Bleigießtechnik hergestellt wurde. Neben diesem 70 Jahre alten Exponat erzählen auch andere ein Stück Wieders Geschichte. Wieder gehörte zu den Hochburgen der Holzkohleherstellung. Deswegen ist hier eine Krippe mit einem Meiler, so wie der Meiler im Rohbau aussieht. Daneben ist ein Harzer Meiler dargestellt, wie er aussieht, wenn er angezündet wird. Und die Köhlerhütte, in die hier temporär Maria und Josef eingezogen sind. Zurück bei den Krippenbildern am Bohlweg. Mit dem Aufbau der letzten Figuren ist es dann absehbar, jetzt kann es losgehen. Ups. Was ist da passiert? Kaputt. Hast du kaputt gemacht eben? Habe ich kaputt gemacht. Genau. Bleibt nicht aus. Aber ich habe eine Stahlkappe, Sicherheitsmütze und dann passiert das. Jetzt kann es losgehen. Jetzt haben wir unsere letzte Station ausgestattet. Für unseren Teil, für das, was das Kernteam der Krippenweihnacht aufbaut, sind wir durch. Kurz vor der Eröffnung. Letzte Aufbauarbeiten auch bei Krippendorf Urgestein Udo. So, der Plan ist, dass ich jetzt noch ein paar Figuren aufstellen muss. Soweit habe ich alles jetzt fertig. Die Kerzen sind angebracht, sind verkleidet. Und das muss ich jetzt alles noch anbringen. Der Esel steht hier. Das ist auch da fertig. Udo braucht keine Hilfe. An seiner Krippe baut er immer alles selbst. Damit sie nicht umfallen, denn wenn hier Wind geht, dann sind sie auch immer gleich umgekippt. Wenn ich das aufgestellt habe und es funktioniert, dann bin ich zufrieden. So. Wo ist die Säge kaputt? Neben den klassischen Krippenfiguren stellt Udo auch viele Handwerksberufe in Miniatur dar. Dabei weiß er sich stets zu helfen. Einfach einen Weinstock genommen. Der ist gebogen, so wie früher. Es heißt ja Bügelsäge. Als Bügel gemacht. Und hier habe ich mir einfach ein Stück Blech geschnitten und die Zähne dran gemacht. Damit man das auch als Säge erkennen kann. So. Jetzt wäre ich eigentlich mit meiner Krippe fertig, wenn nur alles funktionieren würde. Und jetzt kommt es, jetzt mache ich die Augen zu. Funktionstest für Mechanik und Elektrik. Achtung. So. Das. Von der Seite sieht es schon sehr gut aus. Lichter brennen alle, die brennen müssen. Ich bin richtig, ich bin stolz auf meine Arbeit. Das kann ich jetzt ruhig sagen, weil alles funktioniert hat, alles klappt. Und für meine Begriffe sieht es gut aus. Und ich kann das auch von hinten sehen, von der anderen Seite und auch aus meinen Stübchen. Trotz Corona hofft Udo auf Besucher, die seine Krippe bestaunen. Die Dorfgemeinschaft hat ganze Arbeit geleistet. Alle der 23 lebensgroßen Krippen haben ihren Platz im Dorf gefunden. Jürgen ist zwar der Neue, aber er ist jetzt schon so penibel wie die Alten. Also nicht so. Ja, dann mach du. Dann weißt du, was du willst. So. Dass es ein schönes Bild gibt von vorne. Komm, wir gucken uns das mal an. So, Auto wieder. Sieht doch gut aus. Ja. Super. Dann haben wir es schon mal geschafft. Heute Abend soll seine Krippe feierlich enthüllt werden. Dafür hat Ex-Disco-Betreiber Jürgen seine alte Anlage ausgepackt. Soundcheck mit Initiator Klaus Erwin. Jetzt machen wir erst mal hier an. So. Mikrofon. Klaus, kannst du mal was ins Mikrofon reinsprechen? Eins, zwei, eins, zwei. Warte mal, warte, warte, warte. Eins, zwei. Nein, da kommt noch nichts. Doch, da kommt was. Geh mal hin. Sprech mal rein. Eins, zwei. Oh. Eins, zwei, drei. Willst du mehr Hall, Esho? Ja, ich denke, ein bisschen weniger Hall. Weniger mehr Hall, ja, jetzt. Und ein paar Höhen mehr. Eins, zwei. Ich denke, wir werden auch da drüben gehört. Bin ich zu verstehen, ja? Ja, ich denke, wir haben auch keine Rückruppelung. So können wir es lassen. Komm mal mit der Mikrofon hier. Ja. Es funktioniert. Nein, alles gut, wunderbar. Endlich Abend. Los geht's. Das Krippendorf wird eröffnet. Die Beleuchtung der großen Tanne vorm Rathaus, Chefsache. Alles okay. Brennt. Rahmen brennt, Pyramide brennt. Ja, wunderbar. Dann können wir ja zufrieden sein. Dann hat es funktioniert. Jawohl, schön. Kurz vor 18 Uhr. An der Krippe von Urgestein Udo staunen schon die ersten Besucher. An der Handwerkskrieg. Ja. Und auch die anderen Stationen im Dorf erstrahlen in weihnachtlichem Glanz. Gleich wird die Krippe von Neuling Jürgen enthüllt. Last Christmas kommt als nächstes. Jetzt bin ich aufgeregt. Ich muss schon drei Glühwein trinken, dass ich wieder runterkomme. Es ist ja nicht mehr lang Zeit, dann wird schön die Krippe eröffnet. 18 Uhr. Trotz Corona sind die Dorfbewohner da, bleiben aber auf Abstand. Ach ja, jetzt ist die emotional, jetzt steigt es. Ich freue mich, dass Sie da sind und das sage ich aus ganzem Herzen. Und ich freue mich natürlich ganz außerordentlich, dass wir heute eine neue, eine weitere lebensgroße Krippe der Öffentlichkeit übergeben können. Digmar, walte deines Amtes. Dankeschön. Jürgens erste eigene Krippe. Alle Jahre wieder, natürlich, klar. Ich muss weiter. Ich denke auch, die Dorfgemeinschaft ist ein Stück weiter zusammengerückt. Gerade in dieser Zeit hat jeder wirklich alles gegeben und das ist schon erstaunlich und erfreulich zugleich. Und dann ist Zeit für Weihnachtswünsche. Kein Corona und wieder das alte Fest, wie wir es sonst auch immer gehabt haben. Das wäre schön hier. Gein Corona und wieder das alte Fest, wie wir es sonst auch nicht verstanden haben. Wenn das nicht verstanden ist, dann ist es ein Stück weiter so. Immer wieder auf einmal, wenn es opposite zu Beginn